Norddeutscher Rundfunk 2021 Gecko's Garage Time to flex! Hallo zusammen. Wir gehen heute an den Strand. Denk dran, Mechaniker. Nehmt nur mit, was wir brauchen. Oh! Macht das Tor auf, bitte sehr. Wir fahren nämlich jetzt ans Meer. Los, los, Tilli-Abschleppwagen! Hihi, Grüni wartet schon sehnsüchtig auf ein Eis. Oh nein! Tilli hat eine Panne. Sehen wir mal nach. Oh, nein. Ah, das ist das Problem. Wir ziehen dich zum Strand und da repariere ich dich. Alles in Ordnung, Tilli? Wenn du eine Pause brauchst, ist das okay. Oh, heiliger Schraubendreher. Jetzt sitzen wir auch fest. Wir bringen dich nach Hause, Tilli. Aber erst müssen wir Vicky helfen. Hm. Kein Wunder, dass du müde bist, wenn deine Zündkerze schon so alt ist. Ah. Mhm. Du kannst jetzt fahren, Vicky. Wir fahren einfach an einem anderen Tag zum Strand. Wir müssen Tilli reparieren. Hi, Trevor. Könntest du uns vielleicht helfen? Ich habe eine Idee. Danke, Trevor. Hm. Hm. So gut wie neu. Ha. Unsere liebe Freundin Tilli, wir haben dich lieb, also ruh dich gut aus, von all dem Betrieb. Aber zuerst geht nach draußen. Ihr habt euch alle eine Belohnung verdient. Tadaa. Hihi. Wenn wir nicht mit unseren Freunden an den Strand können, können unsere Freunde den Strand zu uns bringen. Na dann, bis bald.